Okay, Leute, wir sind wieder zurück auf der Jagd nach... ...Pals. Dann besorgen wir dir mal einen Malpaka. Ich glaube, du hast schon einen. Ich habe keine Pfeile mehr. Na toll, ich habe keine Pfeile mehr. Ich muss mir schnell Pfeile machen. Hast du sie? Okay, dann, wo waren die jetzt? Wir sind hier hochgeklettert. Ja. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut, ob ich schon eins habe. Ich erstmal ein bisschen. Das ist jetzt fein, jetzt habe ich glaube ich genug. Und ich muss nochmal meinen Bogen abholen. Hast du so ein, äh... Äh, ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Was denn? Was? Ich habe einen Hirsch. Hast du schon so einen Hirsch? Nein, niemand hat es uns. Doch, ich habe einen. Ich habe einen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Von der anderen Folge habe ich nicht, wenn wir gestorben sind. Ja, wo wir beide, aber da habe ich ihn in den letzten Sekunden gefangen. Wo bist denn du? Äh, da wo der Hirsch rinnt. Aber nein, wir sind hier für dich. Ja, bitte. Ja, aber wir müssen von Weitem erst mit dem Schießen noch, ja? Ja, warte mal, ich habe noch nicht da. Och, nee, sag nicht der schon der... nein, der Respawn, Papa. Ja, super. Ah, toll, dann sind die anderen zwei hier rübergelaufen. Ähm, die sind hier nicht gesponnt. Aber hier ist auch so ein... Ah, hier ist so ein Alpaka, Paka. Oh, Paka? Ja, ich bin... Nein, das ist was anderes. Echt denn? Ich glaube, sie aber auch. Ja, ich glaube, sie aber auch. Ja, wir können auch schießen. Ja, mit Wind. Wenn du angefangen hast. Ich bin ein bisschen näher. Oh, 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 nein. Das war noch mal knapp. Auffassen. Ich sag dir, okay, ich schieß mal, ich schieß mal, ich schieß mal, ich schieß mal. Fall. Ich schieß mal in den Ball, ich schieß mal in den Ball. Ist noch ein Leben, ist noch ein Leben. Okay, jetzt versuch ich es noch mal. Das war eine Chance. Haps! Nicht! Nein, du hast einen Töte getötet! Ich hab's getötet. Das tut mir so leid. Ich muss es noch mal. Vielleicht. Papa. Das ist ein Hirsch. Dann holen wir uns den Hirsch, okay? Ja, ich muss noch mal ganz kurz... Ich muss ganz kurz noch mal einen anders holen. Ich hab schon auf ihn geschossen. Ist schon zu spät. Ich schieß auch mal auf ihn. Oh. Ich treff die ganze Zeit. Oh. Oh. Wo ist denn was? Oh. 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 Ich geh auf den. Aber. Oh Gott. Was machst du denn? Wo bist du? Ah. Neben dir tot. Bist du auch tot? Oh. Hä? Ich bin losgeworfen worden. Nein. Wieso? Deine Ahnung. Da wird laufen. Oh. Toll. Ja. Okay, Leute. Das war's dann wieder. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.